Ich bin der belanglosen Kämpfer müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern, und doch bleibe ich standhaft. Vor sechs Tagen traf der fallende Stern die Stadt Tristram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelsberg? Könnte es das sein, was ich all die Jahre gesucht habe? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist. Und damit Willkommen zu Diablo 3, mit dem lieben Mango. Ich hatte gar keine Sequenz, ich stand hier nur Blutrom, hallo. Was, du hast echt die ganze Sequenz gehabt? Nee. Ja, GG. Willkommen in Neutristram, ja, geil. Hi. Gut, ja, gut. Ja, dann gehen wir mal Krähen verschrecken. So, du hast ja... Okay, geh weg, Theo. Wow. Welche Stufe 2? Weil du wahrscheinlich den Chargen genommen hast, mit dem du schon ein bisschen gespielt hast. Oh. Und was ist das, ja? Gut, ich gehe dann mal, äh... Ich gehe dann mal mit meinem Paragon Level ausgeben. Denn, wie ihr vielleicht sehen könnt, äh... Ist Mango und ich, äh... Bin ich schon jetzt im Char auf Paragon Stufe 139. Ja, ich habe schon ein bisschen länger Diablo gespielt. Das wisst ihr von meinen anderen Diablo-Videos. Und ja, der gute Boy hier hat halt noch nicht so viel gespielt auf dem PC. Aber los. Du hast jetzt ja gekauft. Ja. Äh... Jetzt schiebe ich mal schon mal das Paragon-Ding auf. Ups, ich habe es vergessen. Ah, da. Paragon, so. Tod und Verderben. Äh, was machen wir denn hier, ne? Machen wir hier Leben pro Treffer. So viel zu skillen, ne? Das ist ja unglaublich. Ey, wie ändere ich eigentlich eine Attacke? Zum Beispiel die Rechtsklick-Attacke? Äh, dann musst du erstmal die Attacken erlernen. Dann kannst du sie auch ändern. Ah, okay. Jetzt haben wir mal die Crit-Chance nach oben. Ach ja. Ah, was haben wir denn hier? Stärke, Vitalität, maximale Wut. Äh, was nehmen wir denn da? Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, ich will schnell sein. Ich will flink wie der Wind sein. Boah. Einfach schon mal 17% mehr. Nice. Gut. Dann kann man Lust legen. Ich will aber einen ausprobieren. Bats. Nein. Ja, jetzt sind die Gegner auch einfach. Ich weiß. Ich habe es ja schon mal gespielt. Oh, guck mal. Die haben drei und fünf Live. Oh, wie süß. Wie viele machst du denn? Davos? Okay. Oh. Was? Ja, tu. Schlitz. Schlitz. Neu. Vor die Kopf-Panda-Moves. Specherpunkt. Gott, ich muss jetzt mal... Noi. Was ist das denn? Händler. 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 Ich weiß gar nicht mehr, was ich mich richten muss. Äh. Ich bin zwar ein Barbar, ich nehme aber trotzdem mal das Schwert hier mit. Einfach nur, wenn ich mal was habe. Und wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Null. Doll. Äh. 13 Millionen habe ich. Als ob du viel Geld hast. Ja, natürlich. Ich meine, das zählt ja auf allen Kachars. Wenn ich ja in die Beutetruhe gehe, habe ich auch meine ganzen alten Sachen noch. Äh? Ist das scheiß? Ich kann ein Lagerfach kaufen. Für 500.000 kaufen wir. Jawohl. Hä? Loll, ich habe hier einfach Null. Achso. Loll. Als ob es jetzt Zeitruhen gibt hier. Loll. Krass. Kann ich denn irgendwas davon schon benutzen? Von meinem Stuff? Wäre mal interessant zu wissen, ne? Aber. Scheint es auch nicht. Hast du den Schmied schon hier und so? Einen Schmied? Hier steht ein Schmied. Okay, dann kannst du den auch noch nicht. Ich habe hier schon ein Schmied. Ey, der hackt ja hier vollkommen, Mann. Ja, geil, ne? Kann ich mir jetzt das schon mal... Hecke. Hecke. Hecke, Hecke, Hecke. Hecke, Hecke. Was ist denn der? Äh, Mac, der Krugenkämpfer. Scharmütze, Konsequenzen betreten des Übungsgeländes. Äh, was wird da vor dir? Das Übungsgelände ist irgendwie total schwachsinnig. Was sind Scharmütze? Ja, brauchst du nichts machen. Also hast du das Spiel doch schon gespielt, oder nicht? Ja, das war vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren. Tut's so, als wäre das Spiel 50 Jahre alt. Weiß nicht. Hallo, Lea. Ah! Oh nein! Nein! Ja. Geld! Oh, ja, stimmt. Geld. Vor allem, guck mal. Die Verwundeten liegen hier noch, ne? Und die, die hier gesund waren, sind, haben sich verwandelt. Hallo, Händler. Ja, er will uns Geld geben. Der erste Zimmer. Tagebuch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nur das Tagebuch, dafür kriegst du deine Erfahrung. Ups, jetzt hab ich das abgebrochen. Egal. Ist da noch was? Uiuiuiuiuiui. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt machst du ein neues Intro Das finde ich ganz gut gemacht Level 3, ach da liegt ja noch einer Ups, jetzt nicht mehr Ich habe Spalten, ich war da unten noch am Clearen, da war noch was verdeckt Da ist eine Mutter, jetzt nicht mehr Ich will auch die Erfahrung haben, ich will auch die Erfahrung haben GG Ich wurz die einfach an Mach das Oh, da leuchtet es Da ist eine Mutter Unheilig Seit wann haben wir drei Mutter getötet? Ja, wir sind Muttertöter, wir sind Mutterficker Oh, ne, nur du Oh, okay Ich bin ein Motherfucker Das ist noch eine Mutter Immer furzt du Ja Ich habe einen Bogen, aber den kann ich nicht nutzen Haha Oh, dicke Gegner Batsch, Batsch Durch Durch Äh, ist der jetzt besser? So Ei, 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 ei Ich nehme mir einfach mal kurz Mal schauen, ob er besser ist Wie ich sie einfach alle umklatsche Bam, 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 bam Oh, da fällt das Haus zusammen Okay, ich habe jetzt irgendwas Du hast ihn getötet So Na, egal So, hier kann man auch mal ein bisschen Looten Ey, die Hose bringt es jetzt irgendwie nicht so Ach, mit diesen Dingern kann man hier reisen, ne? Mhm, genau Ich zerleg aber hier erstmal alles, weil Fand ich eigentlich mein ganzes Geld Ah, da 9, 30 Sieh Was? Du, dein 39 Colt Äh, ich habe ein Schwert Ja Was habe ich denn hier bekommen? Was? Nochmal eine Titte Cool Handschuhe Keule Gürtel Wow Man findet echt am Anfang sehr billige Sachen, muss man sagen Mh Mh Und welche Sachen kannst du jetzt ja nicht aufbauen Mh Ne So, dann gehe ich mal zum Händler Oh, der hat eine schöne Hose für mich vielleicht Oder auch nicht Irgendwie hast du hier schon alles weggelevelt Äh, weggelevelt Ähm Weggetötet Gar nicht Gar nicht, wahr Wann Beherrscht Ich mach doch gar nix Ey Ich muss sagen, ich fand das auf dem Xbox Controller leichter zu spielen So, so Ah geil Ich kauf den Gegenstand, um ihn wieder zu verkaufen Warte, wo bist du eigentlich? Ich bin gerade in Tristom In was? In der Stadt Achso Äh, ach da bist du Mh Das ist von mir nicht zu gut Egal, so Ich warte hier auf dich Hi Wo sind hier so Händler? Oben ist einer Ist auf der Karte markiert Ah, ja, ja Ah, da ist teure Sachen Äh Yo, Level Up Yo, Stufe Siebel Ich hab neue Titten bekommen Ah, ernst, ne? Ich hab echt keine Ahnung, welche nehmen sollen Egal, tun wir die ja vor Nee, das nicht Ich rüste die neuen Titten einfach mal aus Hehehe Dann geht die mit Leer Ja 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 Ich hab das verkauft, was? Wie kann ich das zurückkaufen? Nein Haha Nein Nein, ich will das zurückhaben Äh Hä? Achso, das ist ein normaler Shred Angriff, okay Ich will das nicht verkaufen Was gibt's hier noch so alles Ähm Ne Das mache ich da mit einem 1 Deparaturen sogar Ich will hier rein Oh, es geht nicht Oh, es geht nicht Wicht, Blitz Schade Genau irgendwas Ich würd gern die Tür kaputt machen, weil das ist noch ein verstecktes Level, aber da kann man nichts mit anfangen Äh, so, ich hab Leer an der Backe und dich an der Backe, hier keiner schlank Verdamm Das wollte ich jetzt nicht Was bringt denn das hier? Blende 3 Sekunden lang alle Gegner in der Nähe Okay Wüsst du nicht eigentlich Okay Ich Komm Komm Es ist leer in der Backe Ja, du verpasst die ganze Story Du musst gar hinkaufen Ich mach einfach nur Schlitz Ich will mal Wow Oh, da kommt ein rein, nice Den Baum kann man hinten nicht Leichenhöhle 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 Ich kann die einfach nur blenden Wow Nice Ich find's lust, dass die Hey, ich will da rein Komm rein Hexe, Hexe, Hexe Ich will die jetzt mal blenden Was? Oh Schön BAM 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 Gold Da hier halten Böhle Hohle Minus Erholung Aber Zähigkeit Oh Jetzt hab's abgebrochen, egal Ich nicht Na los Mach auf Na los, mach auf Batsch, 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 Batsch Ja, die Untotenhöhle Da will ich rein Mastengrab Ok, willst du rein? Hallo, wer will denn nicht in ein Mastengrab rein? Klar, Spaß für die ganze Familie Eben Da reg ich dich angefurzt Und tot Hallo? Wo sind die Ma... Oh man Da sind die, die abhäng... Komm, lass uns da zuhängen Ja